Okay Leute, wie letztes Mal angekündigt, wir brauchen für Express auch noch eine Möglichkeit, wie wir nicht nur Get-Parameter, sondern eben auch Cookies nutzen können, um Informationen zu speichern. Wir wollen Cookies haben, zum Beispiel zum Login speichern. Wir wollen Cookies haben, damit wir irgendwie Infos speichern können und dass wir das eben nicht bei uns auf dem Server speichern müssen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie gesagt, um solche Sessions im Endeffekt zu verwalten. Ihr könnt einmal mit Cookies arbeiten und ihr könnt mit Sessions arbeiten. Sessions sind nicht per Default dabei, Cookies hingegen schon, deswegen machen wir erstmal nur Cookies. Und ja, im Endeffekt ist es gar nicht so kompliziert. Ihr braucht allerdings ein neues Modul und deswegen machen wir hier mal ganz kurz auf Stop und installieren uns ein neues Modul, npm install cookie-parser. Und dieser Cookie-Parser, der wird jetzt natürlich automatisch auch integriert und so weiter und so fort. Also der ist jetzt natürlich auch in der Package-JSON drin. So, ähm, und ja, der Cookie-Parser ist dazu da, damit ihr die Cookies auch wirklich lesen könnt, damit sie keine Fremdwörter für euch sind. So, und der Cookie-Parser ist im Endeffekt genauso eine Middleware wie all diese anderen Sachen hier auch. Das heißt, ähm, es ist nicht wirklich kompliziert, das Ding zu nutzen. Wir können hier einfach const cookie-parser schreiben, ist gleich require von, ähm, Cookie-Parser. Ja, das ist jetzt nicht wirklich das Hexenwerk. Wir machen hier einfach ein App.use und, ähm, haben dann, oh, hier fehlt das Semikolon hoch. Also ich weiß, man braucht es nicht, aber ich mache es ganz gerne, beziehungsweise ich habe es mir angewöhnt. Ähm, und hier drin wollen wir einfach den Cookie-Parser laufen lassen, einmal mit Klammern, damit der uns quasi die Cookies vorpasst und wir sie am Ende auch wieder lesen können. Es gibt ja zwei Wege, ja, wir können einmal das Cookie setzen und dann geht das direkt wieder an unseren Browser, an den Client, der es aufruft, weiter. Der bekommt dann die ganzen Informationen und irgendwann später ruft er die Seite nochmal auf und wir sagen, ah, dich kennen wir doch, hier, bitteschön, bist eingeloggt direkt. Ähm, das ist quasi die einzige Möglichkeit oder die Möglichkeit schlechthin, wie wir, ähm, naja, so einen langen Zeitraum von Eingeloggtsein zum Beispiel auch bewerkstelligen können. Okay, ähm, dazu machen wir folgendes. Wir wollen hier einmal ganz kurz die, ähm, Output-Nachricht hier einmal ändern zu hallo, get, ähm, und dann sagen wir hier, das, was im Cookie drin ist, das machen wir nachher. Jetzt wollen wir erstmal den Cookie kurz setzen. Dazu bauen wir uns eine Post-Route direkt auf root. Ähm, und eigentlich kann ich das hier auch wiederum kopieren. Eigentlich sogar ab hier. So, und, ähm, hier drin wollen wir gar nichts zurücksenden. Also, nicht wirklich was zumindest. Hier drin, ähm, wollen wir eigentlich bloß res. Nicht mal send haben. Wobei, doch, wir können ja für den Anfang mal einen JSON reinpacken. Ähm, oder wir machen einfach, ja, wir lassen, wir lassen einfach das hier, das ist okay. Aber, wir wollen ein Cookie setzen mit res.cookie. Und res.cookie ist eine neue Funktion, die wir noch nicht kennen, mit der man eben Cookies setzen kann. Cookies sind auch im Endeffekt Key-Value-Paare. Ähm, nur ein bisschen anders und komisch formatiert, also nicht wundern. Und hier haben wir sowas wie zum Beispiel, ähm, User. Und, ähm, ja, hier packen wir einfach den, den Bob mit rein, theoretisch. Ähm, wir haben hier keine Authentication mehr. Dann sagen wir einfach hier den Bob, ja. Ähm, oder, noch besser. Ähm, wir gehen über den Request, Request.body. Wir sind ja in dem Post-Request hier gerade, Punkt Username. So, das ist doch schon mal ganz gut. Und hier machen wir eigentlich nichts weiter, außer wir sagen HelloPostHome. So, okay. Also, was wir hier jetzt haben, müssen wir natürlich über Postman wieder machen. Username Bob und wir starten das Ganze. Und nicht auf User, sondern auf Slash wollen wir das Ganze laufen lassen. Und wir bekommen HelloPostHome. Wichtig ist jetzt allerdings, wir haben einen Cookie bekommen. Und zwar einen Cookie mit dem Namen User und dem Value Bob. mit der Domain Local Host und dem Path Slash. Das heißt, er ist überall gültig auf unserer Webseite. Er expiert in der Session und er ist nicht sicher und er hat kein HTTP only. Okay. So, das heißt, der Cookie sollte natürlich keine sensiblen Informationen beinhalten. Sollte klar sein. Was wir jetzt aber auch machen können ist, anstatt, dass wir uns diesen... Wobei, bevor wir das machen, lasst uns doch mal hier den Cookie dann anzeigen. Und das machen wir über eben den Cookie Parser. Beziehungsweise der Cookie Parser hat es ja schon im Endeffekt für uns gemacht. Das ist ja eine Middleware. Die verarbeitet im Vorfeld alles für uns. Und jetzt können wir es hier drin schon lesen komplett. Das heißt, was wir hier jetzt machen können ist, wir können diese Dollarschleife machen für den Format String. Und hier drin dann tatsächlich über die Response das Ganze... Äh, Quatsch, den Request das Ganze lesen. Request.Cookies. So, jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Also, wir speichern das und führen den Befehl hier einfach nochmal kurz aus. Dann haben wir nämlich den Cookie hier. Und jetzt starten wir das doch einfach mal. Object, Object. Okay, hier ist offensichtlich nichts drin. Wenn wir jetzt hier aber den Get-Befehl ausführen, bekommen wir im Body Hallo, Get, Object, Object. Also, dasselbe. Hm. Was ist geschehen? Naja, vielleicht ist es gar nicht mal so verkehrt, wenn wir uns das Ding doch auch mal loggen hier. Also, tatsächlich statt dem... Wobei, das brauchen wir auch noch. Das habt ihr sonst nirgends. Ähm, dann loggen wir uns das doch mal hier rein. Reck.Cookies. Und ja, da sind ein paar zu viele Informationen drin, die sollte ich euch nicht zeigen. Huch, sorry. Aber, was wir hier machen sollten bei Cookies ist, wir loggen uns tatsächlich mal den Cookie, den wir hier unten auch gesetzt haben. Sprich, den User. Ja, das heißt, wir gehen hier unter Cookies.User und machen hier einmal ganz kurz Cookies.User, so dass wir vielleicht nicht alle sensiblen Informationen hier drin haben. Und wir senden nochmal kurz unseren Post-Befehl, senden den einmal ganz kurz und gehen dann über zu einem Get-Befehl und senden den. So, und hier sehen wir jetzt dann Hallo, Get, Bob. Und dieses Bob, naja, wo kommt denn das her? Hier auch übrigens geloggt Bob. Wo kommt dieses Bob her? Naja, das ist relativ logisch. Und wir haben ja im Endeffekt einen Cookie gesetzt in unserem aufrufenden Client. Das heißt, wir haben dem Client gesagt, ey, merkt ihr mal bitte diese Information mit dem Namen User. Also merkt ihr unter der variablen User, merkt ihr mal das da. Und das da war der RackBodyUserName, den wir hier über den Post-Befehl bekommen haben. Naja, da steht halt Bob drin, ja. Das heißt, wir haben gesagt, ey, merkt ihr mal unter User den Namen oder den String Bob. So, und dann haben wir gesagt, okay, das merkst du dir jetzt und das darfst du nicht vergessen, bis du wiederkommst, ja. Und dann ist es irgendwann mal passiert, dass derjenige wiedergekommen ist, irgendwann mal in ferner Zukunft. Und er hat dann zu uns gesagt, ey, hier, schau mal, ich hab noch Informationen von dir. Nimm die mal. Das sind diese Rack.Cookies. Und wir haben gesagt, ey, User, damit kann ich voll was anfangen. Gib mir den mal ganz kurz. Und dann haben wir gesagt, okay, den wollen wir loggen und ausgeben. Und dadurch wissen wir, dass das auch wieder Bob ist. So, jetzt ist allerdings ganz, ganz wichtig zu verstehen, das ist nicht sicher oder so. Ich kann die komplett editieren, ja. Ich kann die jetzt einmal ganz kurz hergehen. Ah, hier bin ich noch nicht eingeloggt. Ich kann das hier machen. Ich kann hier locker den Usernamen Bob komplett verändern. Also ich kann Boba Fett oder sowas reinschreiben. Ähm, je nachdem, wo ich das eben gerade mache. Ähm, hier vor allem kann ich das, also hier könnte ich das auch simulieren, sozusagen und dann natürlich verändern. Und das Problem ist natürlich, hier auch wieder die Situation mit Cross-Site Scripting und so weiter. Seid bitte vorsichtig, was ihr ausgebt. Ähm, also Cookies kann man eigentlich nicht vertrauen. Und warum sage ich jetzt hier eigentlich, es gibt Möglichkeiten, Cookies doch zu vertrauen. Ähm, und das sind, sind Krypto-Cookies sozusagen, wenn ihr wollt. Ähm, also im Endeffekt könnt ihr euch das Ganze so vorstellen, wir haben einen, einen geheimen Schlüssel. Ja, ich nenne ihn mal Key, Key K. Den speichern wir uns auf dem Server. Und diesen Schlüssel verwenden wir jetzt zum Verschlüsseln von allen Cookies. Das heißt, wir sagen nicht, wir speichern den Cookie in Reihenform ab, sondern wir sagen eng, also verschlüsseln wie Encrypt, ja, mit dem Schlüssel K von dem Cookie und wir sagen dem Client, ey, speicher dir mal das. Der Client kann das Ding nicht entschlüsseln, kann das Ding nicht verändern, weil wir von mir aus auch noch einen Hash-Wert hinten dran packen. ähm, plus Hash von K, ja. Das heißt, wir speichern und wir speichern etwas beim Client, wo wir sofort merken, wenn er es verändert und, ähm, wo wir auch sicher sein können, dass das nicht entschlüsseln kann. Dementsprechend kann der Client hier nicht irgendwie irgendwas verändern, wenn wir das ganze Ding verschlüsseln. Das macht man aber nicht immer bei jedem Cookie. Ähm, das macht man nur, wenn man wirklich irgendwelche sensiblen Sachen hat, wie zum Beispiel Session-Cookies, ja. Session-Cookies sind so eine Sache, da muss man reinschreiben, wer eingeloggt ist, seit wann zum Beispiel, und, ähm, dann muss man das natürlich irgendwie beim Client speichern, denn bei uns können wir es nicht speichern, weil wir ansonsten Denial-of-Service-Angriff abkriegen. Okay? Aber, das gute Nachricht hier an der Stelle müsst ihr nicht selber machen. Dazu gibt es auch ganz, ganz tolle Bibliotheken von Seiten von Express, ähm, die das für euch handeln. Und die gucken wir uns jetzt allerdings noch nicht an, ähm, weil die einfach echt noch ein bisschen Übung brauchen und, ähm, ja, auch ein bisschen fortgeschrittener sind. Die gucken wir dann uns im zweiten Teil von Express an, der wahrscheinlich bald kommt. Okay, ähm, das soll es erstmal gewesen sein zu Cookies. Wie gesagt, reine Informationen, wie zum Beispiel einen Usernamen oder irgendwelche unnötigen Sachen, ähm, die, also halt, Sachen, die verändert werden können und dürfen, wo wir, wo wir uns nicht sicher sein müssen, dass das wirklich das Original ist, wo wir keine Angst haben müssen. Ähm, solche Sachen könnt ihr ruhig weiterhin einfach unverschlüsselt in Cookies reinschreiben. Das ist kein Problem. Aber guckt euch mal gerne um, was andere Webseiten so für Cookies haben. Ähm, dazu vielleicht einmal ganz kurz hier gesagt, wie das funktioniert. Und zwar unter Untersuchen gibt es, also in, in Chrome quasi, gibt es hier, ähm, die, die Memory, äh, nicht Memory, äh, Gott, ähm, ja genau. Ähm, die Storage-Option hier, also hier quasi unter Application, ähm, falls es ausgegraut ist, müsste ich hier auf diese Pfeile klicken, könnte ich hier einmal ganz kurz alles durchgucken, was es überhaupt gibt. Es gibt Manifest, es gibt Service Workers, Storage, Local Storage, Session Storage, Index Database, WebSQL und natürlich Cookies. Und in unserem Fall sind hier mehrere Cookies schon gesetzt worden. Ähm, wir haben hier einmal, ja, haben im Endeffekt sehr, sehr viele Cookies. Das müsst ihr euch aber, muss euch aber nicht kümmern und das wird auch, also haben wir ja selber nicht programmiert in dem Sinne. Ähm, das sind im Endeffekt die Cookies, die zum Beispiel jetzt gerade, ähm, WebStorm, also meine IDE für mich gesetzt hat, unter diesem Local Host hier. Also das sind alles Sachen, die sind passiert, aber nicht von mir. Während hier drin, habe ich ja trotzdem gesehen, welchen Cookie ich mir gesetzt habe. Das heißt, in dem Fall war es dann eben der User Bob. Also hier haben wir den noch nicht gesetzt gehabt, weil wir hier keinen Post Request durchgeführt haben. Hier hingegen schon. Und da muss man natürlich dann immer genau wissen, wie hat man seine Cookies genannt und so weiter und so fort. Aber im Grunde könnt ihr das ruhig machen. Aber hier nochmal ganz kurz der Hinweis, also das, was hier in diesen Cookies drin steht, also hier von WebStorm gesetzt oder von meiner IDE besser gesagt, das ist alles für mich als User komplett undurchsichtig. Ich weiß nicht, was da drin steht. Im Backend wird das verarbeitet von WebStorm. Im Backend wissen die genau, was genau dieses WebStorm-80 bla 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 oder dieses Bodenstrich GA eigentlich macht und was genau es bedeutet. Da sind Informationen drin, die aber eben verschlüsselt sind und auf die ich auch nicht zugreifen kann und auch nicht zugreifen soll. Wenn ich hier jetzt also irgendwas verändere, dann führt das einfach nur zu einem Fehler in der Applikation und dadurch sagt die Applikation, also in dem Fall meine IDE, einfach, ey, wollen wir nicht. Lass mal gut sein. Wir rechnen dann mit einem Angreifer. Das heißt, wenn sich jemand hier dieses Cookies bedient und irgendwas verändert, dann rechnet man damit, dass man seinen Request gar nicht mehr beantworten soll. Wenn natürlich ihr das ändert im Client und dann auf dem Backend das nicht verarbeiten könnt, dann ist das was anderes. Dann ist es ziemlich problematisch, weil ihr dann bei euch selber einen Fehler verursacht. Aber wenn jemand böswillig sozusagen das Cookie ändert und dann noch erwartet, dass die Applikation noch funktioniert, na, das wäre nicht gut. So, jetzt, wie kann man solche sicheren Cookies machen? Ähm, ich werde hier jetzt nur kurz eine, eine Library erwähnen, denn ich werde das, so wie es aussieht, nicht im Zuge der Express-Reihe machen. Ähm, die Library heißt Passport. Ihr könnt da gerne mal reingucken. So, Passport.js ist eine, ähm, interessanterweise unsichere Website, aber nicht wundern. Egal, ähm, Passport.js ist eine Open-Source-Bibliothek natürlich für, ähm, Logins, für Verwaltung von Cookies, et cetera, et cetera. Und ja, ich werde dazu eine extra Reihe machen, ähm, aber wahrscheinlich ist das ein bisschen mehr als nur Express. Also, man kann Passport natürlich einfach generell für Node.js benutzen, ähm, weil es eben auch eine Middleware ist. Ähm, man kann es aber auch wunderbar natürlich in Express einminden. Und eventuell mache ich dann da einfach eine Add-on-Reihe für Express, ähm, aber dazu müssen wir uns natürlich erstmal Node noch ein bisschen detaillierter angucken und natürlich Express auch noch ein bisschen detaillierter und vor allem Passport natürlich. Ähm, dementsprechend, das wird erstmal nicht Teil der Reihe sein. Wenn ihr das aber haben wollt, dann schreibt mir das bitte. Gut, das war's von meiner Seite schon wieder zum Thema Cookies und ja, wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.